Um das Leben ihres Vaters zu retten, erklärt sich Nadja bereit, den Kurier des Zaren zu suchen. Schon bald weiß sie, dass Strogow der Kurier ist. Und es ist Liebe auf den ersten Blick. Nach einem Angriff der Tataren verhilft Nadja Strogow zur Flucht. Sie gibt Sangara gegenüber einen Toten als Kurier aus. Kurz darauf findet Strogow den Zarewitsch. Er glaubt ihnen in einem Kloster in Sicherheit, als er aufbricht, um mit Ogarev abzurechnen. Doch Boris versteckt sich im Wagen und bringt sie beide damit in große Gefahr.